Also gut, dann geht's los. Mal sehen, habe ich die Geschwindigkeit... Ah, die Geschwindigkeit 20 ist noch drin, deswegen... So, dann geht's jetzt los. Final Boss Kampf gegen die Maske. Ich werde höchstwahrscheinlich verlieren, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Ich weiß nur, der hat drei Formen und ich weiß nicht, was die Formen drauf haben. Also so gesehen, ich weiß nur, wie viele Formen die haben. Was sie drauf haben, weiß ich nicht. Mal sehen, ich bin jetzt hier im letzten, sag ich mal, Endgegnertempel, zum letzten Endgegnerkampf. Majora's Maske. Okay, meine vier Masken haben sich jetzt nochmal getrennt und sie werden angesogen von einem Energiefeld. Wahrscheinlich nutzt das jetzt die Maske aus. Und da ist sie auch, die gefährlichste aller gefährlichsten. Die Maske, Majora's Maske. So. Gut. Erster Gegner, erste Form, Majora's Maske. Normal. Okay. Zuerst mal gucken, was Taya sagt. Nutze deine Erfahrung, wenn die Vorderseite eines Gegners ungesiegt erscheint. Was ist da mit der Rückseite? Uh, was ist damit voll? Ich weiß es nicht, nein, Scherz. Natürlich weiß ich das. Ähm, ja. Wollen wir mal gucken. Macht das auch irgendwas? Ja, der dreht sich ja immer. Ist ja bescheuert. Hallo? Reagiere doch mal. Oh, jetzt. Mist. Ansteigen. Ach, scheiße, ey. Na gut. Treffer. Ach, und jetzt schlagen, oder? Uh, hat das weh getan? So, ich geh jetzt mal ein bisschen weiter weg von dem. Treffer. Double-Sprung. Bah, ha, ha. Alter, guck mal, was Link für ein Spagat kann hier so nach hinten. Okay. Oh, das war jetzt tief. Das war jetzt zu tief. Verdammt. Boah, was ist denn das für ein Teil? Genau, genau, passen. So ungefähr. So. Das hat jetzt abgezogen hier. Bah, ein Schlag. Jetzt passiert was Neues. Form 2 wahrscheinlich. Obwohl so schnell, dann wäre es ja richtig einfach. Ich habe gehört, der Endgegner hat schon drauf. Der ist schon ziemlich stark. Ja, dann probiere ich mal testen, wie das aussieht jetzt. Also gut, hier sind jetzt drei andere Masken. Können die auch was? Fragezeichen. Hey, war ja so noch ein Treffer. Glück gehabt. Boah, ich hole jetzt erstmal ab hier. Wow. Ah, die schießen also Energie. Wow. Die habe ich hier ja gar nicht gesehen. Wo ist denn das Teil da? Scheiße, ey. Komm, fick dich doch. Ich müsste jetzt, hätte ich abfahren können. Was ist denn das für ein Scheiß? Was soll ich denn da machen? So, jetzt hat diese blöde Kacke endlich aufgehört. So, jetzt versuche ich es nochmal. Mach doch was. Was ist jetzt los? Hä? Aha. Maske eins tot. Ach so geht das. Ich muss warten, bis diese Maske hier diese Klackfeuerteile macht. Okay. Oh mein Gott, ich habe gleich schon eine Fehl verloren. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh Mann, ey. Ja. Mist. Es geht nicht so weit zurück. Gut, eine... Zwei Masken sind noch da. Zwei Masken also noch. So. Perfekt. Perfekt. Boom Komm mach nochmal dein Feuerteil Ich glaube ich muss die anderen auch nochmal Töten Ist nicht sehr wichtig Ja Ja er ist tot Bomb 2 Mal sehen was mich jetzt erwartet Das war eher so ein Gegner auf Distanz Vielleicht jetzt ein Nahkampfkämpfer oder sowas Ich hab's mir gedacht Es bekommt zwei Arme Und sogar noch zwei Arme Und Noch ein Extrakopf Hä Mayroas Inkarnation Das ist nichts Gutes Der ist irgendwie bescheuert Mist der ist noch da Ich dachte er würde verschwinden Na gut Muss ich den jetzt mal ausschalten Wo ist die scheiß Maske Wo ist die hin Da Der lebt ja noch Jetzt ist er tot Was machst du da ey Das war ja Maschinengewehr Okay jetzt hab ich schon die erste Viel verloren Von drei Ich weiß nicht ob ich das noch schaffe Nein Ich hoffe mal ich schaffe das So Oh ich werde davon wahrscheinlich jetzt noch getroffen Nimm das Ah jetzt ist er hingeflogen Noch mal hingeflogen Ich glaube das wird nicht reichen Ich glaube das wird nicht reichen Ich bin jetzt nicht reichen Ja 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 Gut ich mach acht Pfeile Pupa Papa 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 Ja, das war ein Wunderpunkt. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal sterben, das Teil. Ich hab nur noch 7 Schuss, ist das Problem. Gut, ich sag mal, der Endgegner ist ein bisschen einfach. Also einfacher als der davor. Wenn der Dritte auch noch so ist, dann nicht schlecht. Aber anscheinend will er nicht sterben. Das ist das Schlimme. Das ist die beste Attacke, die er hat. Dann war's das auch. Ich hab nur noch 4 Pfeile. Und der ist, glaube ich, noch lange nicht tot. Auf jeden Fall ist er im Moment sehr einfach. Scheiße, komm schon. Nein! Ich hab ihn nicht mehr erwischt. Einen Pfeil hab ich noch. Scheiße. Nein, falsch. Ja, 30! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich noch 30 bekomme. Ich hatte mich gerade getäuscht. Also sowas. Schon wieder. Ah, jetzt hab ich ihn aber. Ich bin das. Gott! Ja! Letzte Form, Alter. Ich kann's schaffen. Ich kann's schaffen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich's eventuell im ersten Durchgang schaffe. Ich weiß nicht, welcher kommt. Scheiße, ich hab Angst. Ich glaub, der muss jetzt super stark sein. Oh, scheiße! Das sieht gar nicht gut aus. Oh mein Gott. Wie heißt der? Oh! Majora's Magier. Sieht aus wie ne Frau. Was? Das ist ja ne Frau. So. Taya, bitte, Info. Nutze deine Erfahrung. Dein Schwert ist nicht die einzige Waffe, die dein Gegner verletzen kann. Denk an deinen Wogen. Okay, auf jeden Fall Wogen. Hä, wieso ist diese... Ah! Ich verstehe. Wie Gendorf, Alter. Ey, Tatsache, wie Gendorf. Uff! Scheiße, ich hab Angst. Wow!